Willkommen zu meinem Review-Video über den Oraimo Handheld Vakuum Kliana. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses erstaunliche Produkt erzählen und warum es ein absolutes Muss für Ihr Zuhause, Ihr Auto oder Ihr Büro ist. Aber bevor wir beginnen, vergessen Sie nicht, auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich dabei zu unterstützen, weitere tolle Videos wie dieses zu produzieren. Lassen Sie uns zuerst über die Hauptmerkmale und Funktionen des Oraimo Handheld Vakuum Kliana sprechen. Dieser Handstaubsauger wird von einem verbesserten leistungsstarken Motor angetrieben und liefert eine super Saugkraft, um Schmutz, Tierhaare, Treppen und Autodreck zu entfernen. Mit der LED-Lichtfunktion können Sie auch nachts oder in dunklen Ecken reinigen, wo sich Staub verstecken kann. Was diesen Handstaubsauger jedoch wirklich von anderen abhebt, ist die professionelle Tierhaarbürste. Diese 2 in 1 Tierhaarbürste verfügt über antistatische Streifen für Stoffsofas und eine Silikonbürste für Teppiche und verhindert effektiv, dass sich Haare verfangen. Dies ist ideal für Tierliebhaber, die mit Tierhaaren zu kämpfen haben. Darüber hinaus enthält dieser Handstaubsauger mehrere Aufsätze, um alle ihre Reinigungsbedürfnisse zu erfüllen. Es gibt eine Fugendöse für schwer erreichbare Ecken, einen flexiblen Schlauch für Autoteppiche und eine Bürstendöse für Tastaturen. Sie können den Handstaubsauger auch mit Leichtigkeit überall hin mitnehmen, da er mit 4 abnehmbaren Batterien mit je 2200 mAh ausgestattet ist. Sie können die Batterien separat aufladen oder bei Bedarf Ersatzbatterien kaufen. Mit einer Schnellladefunktion von 3 bis 4 Stunden können Sie Ihr gesamtes Zuhause ohne Einschränkungen reinigen. Ein weiteres großartiges Merkmal dieses Handstaubsaugers ist die doppelte Filtration mit HEPA und Edelstahlfiltern. Diese Kombination ermöglicht es, die meisten Staubpartikel effizient zu blockieren. Sie erhalten auch zwei Ersatzhepa-Filter, die Sie nach Gebrauch waschen und Luft trocknen können. Jetzt, da wir über die großartigen Funktionen des Oraimo Handheld Vakuum Cleaner gesprochen haben, lassen Sie mich Ihnen einige Bewertungen von zufriedenen Nutzern vorlesen. Ein Kunde sagt, dieser Handstaubsauger hat mein Leben verändert. Er ist so leistungsstark und einfach zu bedienen. Ich kann endlich alle Tierhaare von meinen Möbeln entfernen. Ein anderer Kunde schwärmt, die abnehmbaren Batterien sind ein absolutes Plus. Ich kann den Handstaubsauger überall hin mitnehmen und er hält lange genug, um mein ganzes Auto zu reinigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Oraimo Handheld Vakuum Cleaner ein absolutes Mustaf für jeden Haushalt, jedes Auto oder Büro ist. Mit seiner starken Saugkraft, der professionellen Tierhaarbörste, den vielseitigen Aufsätzen und der abnehmbaren Batterie ist er der perfekte Begleiter für eine gründliche Reinigung. Klicken Sie jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere großartige Videos wie dieses zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.